Hallo zusammen, mein Name ist Robin. Das wundervolle, aber gleichzeitig auch schreckliche Jahr neigt sich im Endeffekt zu. Am 2. Oktober dieses Jahr bin ich auf die Bühne gegangen in Zug an einer Kundgebung. Ich habe über meine schrecklichen Missbrauchserfahrungen mit sexueller Gewalt gesprochen. Ich habe auf der Bühne in Zug angekündigt, eine Kundgebung zu organisieren, die sich nur dem Thema widmet. Sehr viele Menschen haben ihre Unterstützung angeboten und da bin ich sehr dankbar. Sehr viele Menschen, die selbst schwere Gewalt und sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt haben, haben sich bei mir gemeldet und sich geöffnet. Zum Beispiel auch Clara. Genau. Und danke Robin habe ich auch Mut bekommen. Und somit konnte ich auch anderen Menschen Mut machen. Und genau um das geht es. Und aus diesem Grund haben wir den Verein Kindversagen gegründet. Und wir setzen uns ein für jegliche Art von Missbrauch auf geistig, seelisch und körperlicher Ebene, wie zum Beispiel auch Maskenpflicht und Kinderimpfungen. Wir haben eine Webseite, die wir bearbeiten. Wenn du aber uns rechtzeitig folgen möchtest und unterstützen möchtest, kannst du uns schon auf den Social-Media-Kanälen folgen, wie Telegram, Facebook, Instagram oder TikTok. Und in diesem Sinn wünschen wir euch einen guten und rechtvollen Rutsch ins neue Jahr und bedanket uns von Herzen schon jetzt. Danke schön.